Würdest du Iolus Beds kaufen? Ramon, wenn man das jetzt alles so zusammennimmt, steht am Horizont eine neue Kreditkrise? Wenn das so weitergeht, sicher. Und das könnte dann auch die ganzen Börsen erschüttern. Ramon, freut mich, dass du heute wieder hier bist. Hoi Roland, ich freue mich auch hier zu sein. Lass uns doch gleich mit dem bekannten Thema beginnen. Womit hat man während der vergangenen Wochen Geld verdient? Technologieaktien waren wieder der Renner. Technologieaktien? Also ich habe jetzt da mit meinen Apple nichts dazu verdient. Ja, der Markt wurde selektiver und gewisse Aktien sind stehen geblieben. Andere wie Meta, die haben nochmals rund 20% zugelegt. 20%? Innerhalb von? Ein paar Tagen. Ein paar Tagen, okay. Interessant. Also der Markt wird da selektiver. Wie interpretierst du das? Ja, das zeigt eine gewisse Sättigung an. Und jetzt zieht man noch einzelne Aktien hoch, aber der Rest bleibt an und für sich mehr oder weniger stehen. Was waren denn sonst so die Themen am Markt? Wir hatten noch die Geschichte mit dieser New York Bank Corp, die bekannt gab, dass sie auf Immobilienkredite Abschreiber führung nehmen musste, plus Dividende gestrichen und Aktie ab fast 50% verloren. Ja, zu diesem Thema hast du am Freitag Nachmittag ein Interview geführt mit Diego Vosnacht, unserem Ökonomen. Mein Vorschlag, schauen wir uns das gleich mal an. Hallo Diego, was meinst du zu dieser New York Bank Corp, die da in Schieflage gerät? Hallo Ramon, grüß dich. Ja, es ist eine weitere Bank, nachdem wir im letzten Jahr schon drei größere Bankenpleiten in den USA gesehen haben, die jetzt Probleme hat. Und das Problem ist relativ klar, relativ offensichtlich. Es sind die Gewerbemobilien. Ein Thema, über das man ja schon länger gesprochen hat und dass seit der Covid-Zeit Sorgen bereitet, die Leerstände sind groß. Ja, und was ich auch noch gesehen habe, ist, es ist sehr viel Refinanzierungsbedarf vorhanden. Elf Trillionen in den USA, die da neue Bonds aufgenommen werden. Denkst du, der Markt wird das absorbieren können oder müssen wir da mit steigenden Zinsen rechnen? Was wir gesehen haben in der Covid-Zeit, in der Zeit der niedrigen Zinsen, ist, dass Unternehmen und der Staat sich finanziert haben zu den günstigen Zinsen. Nicht immer ganz langfristig, aber es hat jetzt eine Zeit lang gedauert, bis der Refinanzierungsbedarf so stark da war. Und der beginnt jetzt, und das wird natürlich jetzt die Stunde der Wahrheit. Ja, ich meine, wir haben ja in Europa auch gesehen, Julius Baer, der da doch einen Größenabschreiber machen muss, weil er in dieser Benko-Gruppe Geld gegeben hat. Und die gehen jetzt auch teilweise mit Gewerbeimmobilien Konkurs. Also es hat sich schon ein bisschen verbreitert, ja. Ja, wir sehen sowohl in den USA als auch in Europa, dass die Anzahl der Insolvenzen im vergangenen Jahr schon gestiegen ist. Von einem niedrigen Niveau, aber sie ist relativ stark gestiegen. Wir sind jetzt wahrscheinlich auf einem mittelmäßigen Niveau, aber mit steigender Anzahl von Insolvenzen. Und Insolvenzen führen ja oftmals dazu, dass andere Unternehmen dann auch insolvent gehen. Und solange das höhere Zinsniveau hoch ist, dürfte die Nachfrage niedrig bleiben und dementsprechend die Gefahr von weiteren Insolvenzen gegeben sein. Ja, und dann läuft ja noch dieses Spezialprogramm des FED am 11. März aus, die da die Stütze der Regionalbanken war. Mal schauen, was da nachher passiert, ob das eventuell noch eine weitere, kleinere Krise auslösen könnte. Ja, das dürfte vor allem auf die kleineren Banken in den USA wirken. Wobei ich da auch schon Zeichen sehe bei der US-FED, dass sie sich darauf vorbereiten, denen ein bisschen Luft zu geben. Es wird ja jetzt schon darüber diskutiert, wie weit das Quantitative Tightening Programm noch fortgesetzt wird. Und wenn da natürlich wieder ein bisschen Luft gegeben wird, dann würden sich halt auch die Verluste in den Büchern der Banken, die ja vor allem durch langlaufende Staatsanleihen entstanden sind, die sehr stark verloren haben in den letzten Jahren, dürften sich diese auch noch ein bisschen erholen. Das würde diesen Banken natürlich etwas Luft geben. Aber ja, es bleibt spannend zu beobachten, wie die FED wirklich da reagiert, wenn das Programm ausläuft. Die Probleme im letzten Jahr waren ja durchaus nicht klein. Ja, du, dann sind wir sehr gespannt, was da Mitte März passiert. Und wir hören uns sicher dann später wieder mal. Ich freue mich. Bis bald. Dankeschön. Ciao, Diego. Julius Baer ist jetzt genau eine dieser Aktien, die es schon erwischt hat. Minus 30 Prozent innerhalb von ein paar wenigen Monaten. Denkst du, ist die schon wieder sauber? Ja, ich hoffe es. Management wurde ausgewechselt. Aktverluste wurden abgeschrieben. Normalerweise ein neues Management schreibt alles ab, dann können sie wieder auf einer grünen Wiese warten. Ja, ja. Jetzt erst mal den Keller raushäumen und alles am Alpen anhängen. Genau, das ist ja die Taktung. Aber würdest du Julius Baer jetzt kaufen? Nein, nicht jetzt, weil jetzt ist es ja schon wieder über 10 Prozent gestiegen. Ich erwarte, dass da nicht gleich 20 hochgeht. Ja, ich denke auch, solche Prozesse dauern in der Regel in der Börse ja eine ganze Weile. Jetzt haben wir gesehen, PNB Body Bar, die ist noch total stabil. Ja, total stabil. Hat jetzt auch 10 Prozent verloren am Freitag nach den Zahlen und höheren Rückstellungen für Kredite. Das ist da oben, rechts. Ja, das sieht man dort. Aber natürlich, wenn wir länger schauen, ist noch nichts passiert. Also 10 ist nicht 30. Denkst du, dass da auch noch was kommt? Ja, ich denke sowieso, dass im Bankenbereich noch mehr kommen könnte, wenn da wirklich die Kreditsbretze auseinanderlaufen. Jetzt der Spanier hier, Banco Santander, der hat ja schon letztens sogar ein neues Hoch gemacht. Ja, das ist interessant. Spanien, auch Italien, Unicredit, die laufen weiterhin gut. Früher hätte man gesagt, ja, dort fängt die Krise an. Ja, genau. Auch ganz spannend im Norden, Schweden. Die Banken haben extrem Mühe. Und dort ist auch der Immobilienmarkt noch mehr angeschlagen als der Rest. Ja, das kann ich auch damit zusammenhaben, dass die Immobilien eben halt in Nordeuropa eher teuer sind noch und halt die Luft nach unten dann noch etwas grösser ist. Könnte ohne weiteres sein, ja. Also das ist sicher spannend, dass da die italienischen und spanischen Banken noch nichts anzeigen. Ja, das sieht schon ein bisschen so nach irgendwie dunklen Wolken aus. Jetzt die UBS, das ist ja auch so eine völlige Sondernummer hier. Ja, ich meine, UBS, die hat jetzt halt einfach profitiert von diesem günstigen Kauf oder forcierten Kauf mit der Credit Suisse. Ich denke, der Markt hat jetzt begriffen, dass das wirklich ein Schnäppchen war. Aber jetzt hat sie auch schön zugelegt. Also irgendwo steht sie dann auch wieder an. Ja, also da haben wir jetzt ja insgesamt, wie sehen Sie, einen Plus von 46 Prozent. Jetzt während den vergangenen sechs Monaten, das ist doch eine ganze Menge. Und überwiegen hier jetzt auch schon die Risiken oder hat es da noch viele Chancen? Ja, ich denke, die Chancen werden immer kleiner. Und die Risiken, ich meine, ich nehme auch da an, Credit Suisse wurde alles abgeschrieben. Aber ist nicht auszuschliessen, dass da dann auf einmal doch noch das eine oder andere hervorkommt. Bei der UBS selber wahrscheinlich. Also auch hier, du würdest das, wenn ich dich richtig verstehe, eher so abbauen. Genau, genau. Okay, gut. Ramon, wenn man das jetzt alles so zusammennimmt, steht am Horizont eine neue Kreditkrise? Wenn das so weitergeht, sicher. Und das könnte dann auch die ganzen Börsen erschüttern. Ja, gut, also wir werden sehen jetzt, während der nächsten Monate. Auf jeden Fall das Thema für den nächsten Börsen-Espresso. Da habe ich mir überlegt, Dividenden, Perlen, klingt ja irgendwie super gut. Vielleicht mal Zeit, dass wir uns das hier auch mal anschauen. Ramon, was wäre dein Vorschlag? Ich würde dir die SMA-Schwergewichte mal vorschlagen. Nestle, Roche, Novartis. Und so weiter. Genau. Ja, ich würde vorschlagen, also sag uns deine Meinung, schreib das in die Kommentare rein und wir schauen dann, was wir machen können in zwei Wochen beim nächsten Espresso. Jetzt, Ramon, du hast noch eine Aktie mitgebracht, wo du jetzt so richtig fern davon bist. Ja, ich meine, Holzim, die liebe ich schon lange. Gutes Management. Und jetzt haben sie eine Aussplittung zwischen dem amerikanischen Geschäft und dem schweizer oder europäischen Geschäft angekündigt. Und das sollte dann für sich nochmals zu einer höheren Bewertung führen, weil das amerikanische Geschäft viel zu tief bewertet ist gegenüber den Konkurrenten dort. Hast du nicht dann das Gefühl, dass da irgendwer macht und Thema erwerten könnte, so das Klima und so weiter? Ich meine, die Bauwirtschaft ist ja nicht gerade grüne Technologie. Nein, aber die machen natürlich sehr viele Fortschritte in diesem Bereich. Ich habe fast mehr Respekt vor der Kriegkrise. Wenn das Bauen dann wirklich zum Problem wird, dann wäre das vielleicht nicht so gut für sie. Ja gut, das stimmt auch. Dann holt sie ihm auch etwas im Gegenwind. Einer meiner Favoriten ist der SGS. Wir sehen das hier im Chart drin. Was mich da vor allem interessiert, ist dieser fallende Keil, den man hier sieht, so eine sogenannte Falling Wedge. Und das läuft sehr häufig mit einer Bodenbildung, die dann folgt einher. Und wir sehen jetzt auch schon die ersten Anstiege. Dauert vielleicht noch einige Zeit, ist auch eher eine langfristige Angelegenheit. Aber die schaut mir jetzt wirklich interessant. Würdest du die auch kaufen? Ja, ich meine, dort ist ja spannend, dass jetzt die neue Chefin ist, die alte Finanzchefin von Holzin. Und die hat jetzt den Job dort gekriegt. Und der Markt war begeistert. Man hat gesehen, Aktie hat gleich 10% zugelegt. Sie scheint wirklich, ich habe sie auch getroffen letzte Woche, und sie scheint wirklich überzeugt zu sein von ihrer Geschichte und sieht das sehr, sehr viel Potenzial, die Margen zu erhöhen. Da sieht man wieder mal, wie dann irgendwo die Psychologie eben die Kurse bewegt und nicht unbedingt die Fakten schon, die dann erst noch folgen müssen. Genau, jetzt wird mal ein bisschen Vorschusslobe ihr gegeben. Gut. Das wäre es also mit dem heutigen Börsenlist, Brissow. Danke dir, Ramon, fürs Vorbeikommen. Danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier in zwei Wochen wieder. In der Zwischenzeit viel Erfolg on the Börse und eine gute Zeit.